Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen beim Kryptomagazin. Heute direkter Einstieg in die Chartanalyse und aber noch ein kleines Update. Heute um 14 Uhr habe ich das Interview mit einem der Gründer von Grizzlyfy und ich freue mich total auf das Interview. Ich bin da neutral, bin selber nicht investiert, aber werde schon ein paar spannende und auch vielleicht kritische Fragen stellen. Ich werde das Video dann heute Abend online nehmen, also als Premiere um 19.30 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr da alle dabei seid und gemeinsam mit mir die Premiere anschaut. Ihr könnt jetzt noch ein paar Fragen unter das Video stellen, die ich gerne quasi auch noch mit einfließen lassen kann. Die Fragen stehen zwar schon, aber vielleicht kommt noch die ein oder andere interessante Zwischenfrage rein. Insofern, lasst uns direkt loslegen mit der Chartanalyse am heutigen Tag. Ich habe danach übrigens noch ein Update zum Moon Radar. Auch da haben wir eine interessante Geschichte, die gerade passiert ist. Aber jetzt leben wir direkt in die Charts, also nicht noch länger warten. Also wir sehen den Tagesschart und sehen, dass wir hier exakt wie bei den letzten Tagen auch. Wir haben eine Downside Range vom aktuellen Kurs zum Support von 6% und wir haben eine Upside Range von 9,92% für ein coolisches Szenario. Wenn wir diesen Trendkanal beibehalten, heißt wir haben mehr Range nach oben als nach unten, was erstmal gut ist. Wir können also noch schön Gewinne nehmen, würden wir noch einen schönen Pump sehen, nämlich auf 26.300. Der RSI zeigt uns im Augenblick die 57, was wiederum heißt, wir sind gerade tatsächlich wieder vor dem Wochenende in so einer super spannenden, keine Entscheidungsphase. Also es gibt gerade nicht so dieses klare Momentum. Hierfür müssen wir natürlich, also auf dem Daily zumindest, wir sehen, wir sind im Aufwärtstrend, was schön ist. Wir sind über dem 9er Moving Average, was schön ist. Aber wir sind immer noch weit weg vom 200er Moving Average, was nicht so schön ist. Also, dann lasst uns aber jetzt direkt mal in die Stunde gehen. Ihr wisst, für die Stunde bin ich deshalb, viele mögen ja lieber den 3-Stunden-Chart. Aber ich bin dann jemand, der sagt, okay, den Breakout, den muss ich ja relativ nahe sehen. Also, wenn ich auf den 3-Stunden-Chart sehe und sage, okay, in den nächsten 3 Stunden passiert was, dann habe ich irgendwie so eine Ahnung. Aber auf dem Stunden-Chart sehe ich, ob in den nächsten 10 Minuten vielleicht sogar was passiert oder in den nächsten 30, 40 Minuten. Und das ist ja die Zeit, in der ich aktiv reinschare und sage, okay, wie will ich traden? So, lasst uns mal gucken, ob wir hier was Spezifisches sehen. Wir sehen, fangen wir mit den Moving Averages an. Wir sehen hier den, wir sind genau auf dem 9er Moving Average. Also, ihr seht weder, wir haben hier super interessant hier diese Hammer, Hammer-Formationen, Hammer-Candles und zwar 3 in Folge. Ja, hier haben wir einen inverted Hammer, also einen invertierten Hammer, ist ein bullisches, das ist ein bärisches Szenario, das ist ein dreimal Bullish Hammer-Candles und ich gehe mal hier ein bisschen näher ran, damit ihr seht. Genau, und ihr seht hier, was bedeutet das? Wir haben hier einen Aufkauf, also wir sind runtergefallen, da wurde aufgekauft. Wir sind ein bisschen gestiegen, wurde abverkauft. Und das Interessante ist, dass die Kerzen jeweils grün sind, das heißt, wir sind in einem leicht steigenden Trend, wir haben ganz leichte Higher Highs und ganz leichte Higher Lows, also eher positiv. Jetzt wird die erste Kerze rot, okay, aber ihr seht hier, die Volumina sind super klein, das heißt, diese Preisfindung hier findet erstens auf niedrigem Volumen statt, was bedeutet, Aussagekraft ist nicht so hoch, zweitens keine Entscheidung und drittens RSI bei 42. Wir sehen also einmal auf dem Tageschart, keine Entscheidung am Freitag im Augenblick für eine Richtung des Marktes, wir sind auf der Stunde, keine Entscheidung für die Richtung des Marktes. Wir sehen aber, dass wir über 200er Moving Average sind, was gut ist. Wir sehen aber, dass wir um den 9er Moving Average herum, rumtraden. Wir sind aber auch, dass der Breakdown gestern hier uns unter den 9er katapultiert hat und wir jetzt mehrere Versuche hatten, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Versuche. Wir versuchen den 9er Moving Average wieder zu durchbrechen, was heißt, er wird wahrscheinlich jetzt bald nachgeben und wir gehen nach oben. Das ist die wahrscheinliche Variante, weil ein angetestetes Support, Resistance wird schwächer, umso häufiger er angetestet wird. Heißt aber auch, wir haben es jetzt siebenmal nicht geschafft, ihn zu durchbrechen, weil die Resistance da viel zu hoch ist noch. Genau, das ist halt auch etwas, was man beachten muss. Ich sehe auch, wenn wir jetzt diese Chart-Formation hier so gezeichnet hätten und sagen würden, das ist sozusagen etwas, was man überlegen muss, dann wäre das hier ein schöner Abwärtskanal, der hier aber ausgebrochen wäre. Insofern ist der schon invalidiert. Mal gleich wieder löschen. Brauchen wir nicht. Also was könnten wir jetzt hier traden? Das ist ja immer die Frage bei den kurzfristigen Trading Perspektiven, Trading Chances sozusagen. Das ist so wieder ein klassischer Tag, wo man sich überlegen muss, tradet man das überhaupt? Was der Vorteil ist an diesem Szenario ist, wir sind sehr nah am 9er. Das heißt, wir können Stop relativ eng setzen. Heißt aber auch, wir können auf viel Verzocken durch schnell ausgestoppt werden. Ich kann euch mal ausrechnen, wenn wir jetzt sagen, okay, die Bollinger Bänder sind unsere Resistance unten. Dann, wenn wir shorten, haben wir ein Potenzial von 1,2% Profit. Wenn wir long gehen, haben wir ein Potenzial von 0,64%. Weil da haben wir hier mit den Bollinger Bändern, mit dem Gleitminut-Burschnitt, haben wir hier quasi schon den ersten Resistance. Und selbst wenn es ganz nach oben, mit 2,5%. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe hier heute keine interessante Trading Chance. Das ändert sich vielleicht auch wieder in zwei Stunden. Vielleicht sehen wir dann irgendwie klaren Ausbruch nach oben. Dann bildet sich hier irgendeine Formation. Wir können ja mal hier schauen, wenn wir hier mal das Ding ansetzen und sagen, das wäre vielleicht interessant, ich setze mich mal so an. So. Das wäre jetzt vielleicht ein super... Mit sehr viel gutem Willen wäre das jetzt vielleicht ein Symmetrical. Gucken wir mal, ob wir hier den Support sehen. Das wäre mit gutem Willen ein symmetrisches Dreieck. Bei dem wir aber jetzt sozusagen einfach durchgegangen wären. Es hätte kein Breakout gegeben. Würde bedeuten, Continuation heißt, wir ziehen hier die nächsten Stunden wahrscheinlich noch so eine Seitwärtsbewegung mit. Was dann wiederum, das könnte interessant sein, eine Bare Flag sein könnte. Wir sehen dann hier eine abfallende Funktion und dann eine seitliche Bewegung. Das wäre genau ein Bare Flag oder ein Hockey Stick. Ja, das könnte auch etwas bärisch sein. Das könnte dazu führen, dass wir am Wochenende eher fallen als steigen. Da spricht wiederum aber auch das bullische Momentum dagegen, dass wir eigentlich sehr positiv sind und dass es jetzt eine notwendige Korrektur nach dem Pump war. Ihr seht ja, wir hatten hier einen guten Aufstieg hier und die Korrektur ist eigentlich notwendig. Ja, also schwer zu sagen. Gefährlich wird es, wenn wir auf der Stunde den 200er Moving Average wieder nach unten durchbrechen. Dann sieht es nicht so gut aus. Wochenende ist sowieso ganz wichtig zu verstehen. Wochenende ist immer so eine schwierige Tradingzeit. Am Wochenende traden super volatil, super irrational. Dünne Order Bücher empfehlen niemandem, der wenig Erfahrung hat, am Wochenende zu traden. Da würde ich eher die Finger von lassen. Gehe nicht die Zeit mit eurer Familie, mit Freunden. Sitzt den Biergarten oder freut euch eures Lebens. Aber Trading am Wochenende super risky, super volatil. Und viele Chart Patterns funktionieren da nicht, weil einfach der Markt so irrational ist am Wochenende. Ja, lasst uns direkt weiterschauen, was auch heute erfreulich ist. Tatsächlich einer meiner Mooner, die ich gekauft habe, nämlich der Energy Web Token, ist heute wieder Top Mooner, also wieder Outperformer. Und hat heute 130 Ranking Plätze bei CoinMarketCap gewonnen und ist um 53% gestiegen. Hat einen Handelsvolumenanstieg von 436%. Was bei mir im Portfolio ausmacht, und zwar hier den Energy Web Token. Heißt, ich habe 47 Dollar Gewinn bisher, 31% plus. Ich hätte ihn ja gekauft, dann war ein bisschen im Minus. Und das sind ja die schönen Szenarien, die man haben will, wenn man einen Outperformer kauft bei Mooneradar. Wenn man sagt so, hey, cooles Projekt, gefällt mir. Energy Web Token ist deshalb spannend. Ich habe da keine Analyse gemacht. Aber, wenn ihr mal auf die Website geht, krasses Projekt. Deshalb, ihr müsst mal gucken, wer da so die Partner sind. Ja, ihr seht hier Vodafone, Volkswagen, E.ON. Ähm, also es ist schon krass, was hier, was hier an Google ist dabei. Ähm, krass. Ja, also da ist auf jeden Fall, ähm, Deutsche Energie Agentur. Also es ist schon heftig, wenn das alles so stimmt. Und die Leute hier, das ist schon echt krass, was da an, 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 quasi an Voraussetzungen da ist, dass so ein Projekt interessant werden könnte. Und das ist, wie gesagt, gerade gestiegen in einer Phase, in der das Thema Energie essentiell wird. Und, ähm, ja, nichts umsonst. 53% Kursanstieg. Und das Interessante ist halt, und das muss man halt verstehen, solche Outperformer kriegt man halt nicht zufällig. Solche Outperformer kriegt man durch Research. Und wer Research machen will, der braucht entsprechend Tools dafür, beziehungsweise eine Plattform. Und dafür haben wir ja Mooneradar geschaffen. Die Outperformer des Tages stehen immer entweder bei Outperformern hier in der Historie. Und ihr könnt hier auch sehen, ah, wer war denn die Top Outperformer? Wer war denn am häufigsten Platz 1? Wer war am häufigsten Platz 2? Und ihr könnt täglich die Outperformer hier anschauen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dann auch sagen, komm, ich finde den Energy Web Token cool. Ich will jetzt mal gucken, was dieses Projekt ausmacht. Dann klickt ihr hier drauf. Und dann macht ihr einfach mal eine Analyse zu dem Projekt. Und ihr seht hier schon die vorgefertigten Tags. Energy, Enterprise Solutions, Polkadot-Ecosystem. Interessant. Und dann könnt ihr hier quasi schon mal die Grund-Tags, die wurden aus der Website ausgelesen sehen. Und dann könnt ihr die noch hinzufügen. Und dann könnt ihr hier die verschiedenen Kriterien durchgehen. Was ihr quasi an Quality-Kriterien habt in dem Projekt. Oder sagt, das möchtet ihr mal analysieren. Und dann geht es weiter. Dann habt ihr die Möglichkeit, das zu veröffentlichen. Und alle anderen können es sehen und können euch dazu was schreiben. Ja, das war es dann auch schon heute mit dem Video. Ich bedanke mich. Heute Abend, 19.30 Uhr, kommt dann das Interview online. Und ich freue mich total drauf. Seid alle dabei. Bis dann, liebe Grüße. Euer Alex. Siei. Wie. Untertitelung des ZDF, 2020